Okay, Rumtreiber, treiben wir uns rum. So, hier sind jetzt mal unsere Räder mit den Monsterlampen. Also mit der M99 Pro, mit der echten M99 Pro, die direkt am Akku hängt. Also an 36 Volt in dem Fall. Und die haben wir hier an beiden Rädern dran. Einmal am Supercharger und einmal am Superdelight. Und das Fernlicht ist, mach mal zur Straße dahin, zum Weg. Ja, das ist bombastisch. Unglaublich geil. Da kann man sich richtig drüber freuen, wenn man dann durch den Wald fahren kann damit. Total schön, ne? Siehst du auch so. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Ja, wollte ich nur mal erzählen. Jetzt wird es auch langsam tatsächlich frisch.